Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft zu Battlematches. Oh, dieses Artefakt gehört nun euch. Das heißt, das mit den Banditen da hinten, äh mit dem Briganten, hat geklappt und wir können schnell da hinlaufen und das Artefakt holen. Also hat in dem Fall mal ein Neuladen geholfen, dass der letzte Brigant sich bewegt. So, und dich müssen wir noch schnell da runterschicken, zu dem Ding. Der Magische Geist ist verschwunden, das Portal hat sich geschlossen. Achso, ja. Das Artefakt muss einem wahren Besitzer zurückgegeben werden. Ihr habt einen neuen Auftrag gehalten. Bring the elves to celestial Diadem. Das hatte Magus zu seinem wahren Besitzer zurück. Ja, irgendwo sind da die Jungs unterwegs. Und mal gucken, können wir noch? Nö, wir können noch kein Level up mehr. Ich kann nicht believe es. Die Energie von den zwei Nodes ist nicht genug genug zu carryen. Die Rite. Die Third Node belongs zu den Elfen. Wenn wir ihnen ihnen sagen, was wir für die Energie brauchen, dann werden sie uns nicht verfüllen. Will sie? Die können sehr selbst sein. Es gibt keinen Fehler, was zu versuchen, ist es? Feuer! Okay. Wir brauchen Energie von noch einem Knoten. Your order is clear. We are the true masters. I know this place. I know this place. Bringt den Elfen um Erlaubnis, den Energieknoten benutzen zu dürfen. Die aus den beiden Knoten gesammelte Energie reicht nicht für den Ritus. Der dritte Knoten gehört den Elfen. Mhm. Ja, bringen wir den Elfen erstmal, was den Elfen gehört. Also ich hoffe mal nicht... Nee, ich habe nur den magischen Kristall, der für nichts gut ist. Your order is clear. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der noch für was gut ist. Yes? Ihr habt des Himmels Diadem. We are the true masters. Naja, und die anderen Sachen. Okay. So, bringen wir den Elfen erstmal, was ihnen gehört. Okay. So, wenn wir den Energieknoten benutzen, können wir den Energieknoten benutzen? Es ist nicht so einfach. Wir öffnen die Tür, aber wir konnten nicht über die Barriere. Wenn du den Knoten benutzen willst, musst du einen Weg finden, um dieses Artefakt zu bekommen. Okay. Ja, das Kloppenauge. Malge. Fall in. Ich habe dir den Artefakt. Mein Gratitude zu Ihnen ist endless. Your order is clear. Zor. Okay, dann gucken wir mal Aufträge. Machen wir mal das Geschlossene weg. Die Elfen sind einfach schon, um uns zu helfen, wenn wir die Migranten aus ihrem Land vertreiben. Zorogam besteht darauf, die Energie aus dem Knoten der Elfen mit Gewalt zu beschaffen. Es wäre leichter zu bewerkstelligen, wenn uns die Migranten dabei helfen. Yes? As you please. Ach, hier oben ist auch nochmal ein Brigantenlager. Äh? Do you smell something burning? As you please. It's important not to make a sound. Okay, das ist wohl ein Anzeigebug mit dem zweiten Brigantenlager da oben. Ja, vielleicht kann man die Brigantenlager noch friedlich überzeugen. Und es fehlen noch 400. At your service. I'm going. As you wish. Der Energieknoten wird wahrscheinlich da hinten irgendwo sein. Ich möchte jetzt aber eigentlich erstmal was kaufen, nämlich hier eine Wissensrolle. I'll do it. Mit dem vielen Geld, was ich habe. I'm going. Wie viel brauchst du? Oh, du brauchst auch genau 1000. Du bist da auf dem nächsten Level. Das ist gut. At your service. Eyes right. No one can compare with us. I'm here. No one can compare with us. Yes? At your service. I'll blow up everyone. Da kommt Zorogan. Ja, Zorogan ist noch nicht nah genug dran. Chaos ist auf Maximum. Also sein Chaos-Widerstand. So, du hast die nächste Stufe erreicht und wir können noch einen Punkt vergeben. Magische Fähigkeiten, das tut's am besten. Jetzt sehen wir sogar die nächste Stufe an Zaubern. Ja, aber um das Heilmittel lernen zu können, brauchen wir jetzt noch ein paar Erfahrungsbegriffe. Dann mal wieder ab hier rüber. Und ja, die letzte Mission ist doch noch etwas länger gewesen, als ich gedacht habe. Ja, hätte ich nicht einen Haufen Elfen in meiner Armee, hätte ich die Elfen angegriffen. Aber so läuft's jetzt gerade genau andersrum, weil wir eigentlich nicht die Elfen auslöschen wollten. Ich meine, Farron hat da doch so ein bisschen Sinn für Recht und Ordnung, hat man ja rausgehört. Und die Briganten sind ja eher Verbrecher, als es die Elfen sind. Zumal das hier ziemlich arrogante Elfen sind, hier in dem, wahrscheinlich so Eigenbrödler-Elfen-Enklave und so. Wenn sie sich hier in diesem Tal zurückgezogen haben. Was ich wobei ja doch lustig finde, ist, warum es hier Briganten gibt. Ah ja, das hier oben war der Chaos, Alter. Äh. Aber so wie es aussieht, sind die Briganten... Ah doch, sie sind doch hier. Sicherheitshabern safe machen. Was ist es das Zeit? Ich brauche die Energie von der Elfen-Node. Jetzt müssen wir es in der Lage nehmen, in exchange für Ihre Heads. So, das ist was Sie kommen hier für? Of course nicht. Let's join forces gegen die Elfen. Was sagen Sie? You can count on us. We thought of them as our friends. But they plotted behind our backs. Traitors. The elves deserved it. They were too selfish for their own good. Oh. Äh, wartet mal kurz. Ich hoffe, das Laden funktioniert. It's important not to make a sound. Your order is clear. Your order is clear. Ich frage mich, warum das Brigantenlager da oben verschwindet. Soweit wir hier mit dem Briganten geredet haben. Und ja, ich würde gerne die Geschwindigkeit erhöhen, damit wir schneller da oben sind. Allerdings geht das nicht so einfach. Außerdem würde ich gerne wissen, wie wir an, äh, den Bogen da rankommen. Hm. Hm. Ja, wir nehmen uns jetzt einfach Zeit. Die Zeit haben wir ja. Ich könnte einfach Zorro gar nicht hinterher fliegen. Muss ich mich nicht selber bewegen. Hm.